hallo menschen euer sensor survivor hier das wird jetzt meine neue begrüßung für euch total geil erinnert mich früher an meine jugend und kindheit mein unser nachbar hat so ein teufel und so ach ja ich will es euch noch nicht erzählen was erwartet euch heute delivery from the past teil 2 für mich also die abgabe in factory dann noch mal delivery from the past teil eins für beutel dem wollten wir noch aus dem big red noch mal die die den sicherheitskoffer abholen damit er die quest auch erledigen kann leider sind wir nicht dazu gekommen cheater arschlöcher haben uns weggescheatet möge ihnen der sack abfallen und ja und als letztes gibt es noch ganz entspannt ins gefran zieht euch rein wünsche euch viel spaß was kann like und abo da bis dahin jesse hoffentlich sparen wir gut hoffentlich sparen wir richtig gut wo müssen wir hin was müssen wir machen hier erstmal raus vorlaufen hier vorne ist einer hey parkiert richtig weg um den hund ist er tot leer wartet weiß man nicht er hat mal eine granate gefressen oder ne der ist rausgegangen ja da ist weg jungs ich muss mich fast mal fliegen die schlappen guck mal die action hier rein oben kommt hoch matze lauf nicht vor warte auf uns ja guckt ihr mal vor einer von euch ich darf nicht sterben sonst müssen wir über customs zurück rammeln wo ist der typ los so komm hoch ok hier ist die tür auf ich gehe rein ins datenhaus ich habe die tür im blick ok ihr macht nicht die tür auf ne ne bin oben beim büros ja ich meine nur dann ratze ich da sofort rauf ok wir können raus eigentlich sauber zu dreckig ja runter sehr schön danke jungs hallo ist auch eine eklige quest aber weil es kann weil es kann du siehst aus wie der letzte mars mensch alter guck dir das an wo ist der beutel ist abgefeilte karte am rucksack beutel mhm ich bin da ach da ist er ich muss nochmal beutel an kurz alter mit blauhelm ja klar damit man mich auch gleich sieht was hast denn du da was hast denn du da ja alter die hat 150 rüstungspunkte die mütze was machen wir jetzt benji warte du musst in dieses rote hallenmüro ach ja du hast den schlüssel ja woher hast denn du den schlüssel schon wieder sagen wir klaus nein von mir ach von ach ja stimmt und ich habe ihn von klaus ach genau so läuft das der klaus der schlüssel ist nur wie eine hufer selber der muss nicht äh der muss diesen blöden container an dem kran und da auch was rausholen ach so aber da gibt es keinen schlüssel für denk dran du musst noch zum zum truck benji ach das muss ich auch noch machen den schlüssel ach wie heißt denn die quest wir müssen zurück wir müssen ja da rüber wir müssen ja da rüber echt ein urschenes testen ne ich muss ja noch die die benji willst du willst du gleich zum lkw ne ich habe den schlüssel gar nicht mit ach so wir müssen ich muss noch die body armor ans dir aus pendigen was okay das ist ein weißer ich glaube schon dass das die mission ist dreimal ein weißer weste einmal ne was einmal einmal ein weißer weste und einmal so eine weißer weste und einmal so eine weißer weste ach dann liegt es an der tos daran liegt es genau ja benji hat heute eine gefunden ich habe eine extra für dich genommen heute kannst du die brauchst die bringt aber nichts weil die nicht mal found in raid ist ja ist die sein? found in raid? ja ja lass uns hinten durchs z würd ich sagen so wie vorhin ja ich bin ja so auf distanz mitzuschaffen das gibt's los drauf mal eben in die blaue box da ist einer links links rennt rein okay ist reingerannt weiß nicht ob es ein scupper oder ein spieler war ich halte den ausgang links im blick ja da guckt wieso kriege ich denn eins ab? ich habe auch eins abgekriegt hey wieso kriege wieso denn? wieso bin ich da? oh da ist noch einer ich habe so gehofft alter oh oh was? du willst mich doch forschen oh ey der schießt durch den scheiß lkw oder was? ja bei mir auch potze meld dich ich auch den Hurensohn was ist denn das? was ist denn das? das ist so langsam lädt das nervt cheat use hier von wem seid ihr gekillt worden? rip dmx ja ja ich auch ich bin gut ich auch rip mh alter was ein wichser komm hör doch auf ich habe dir eine Zeit die wussten sofort wo wir sind ey ich war ich war im gebüschbeutel vor mir waren die lkws auf einmal kriege ich einen hit willst du mich verarschen? sehr kurios wb du warst wo weg benji? der sagt dass die pizza unterwegs ist pizza pizza wir haben andere probleme wir werden hier weg gehackt von solchen arschlöchern beuteln und sag doch mal was ja echt ey es kotzt mich an was ist denn das so ne kacke ey ja vor allem ich war hinter dem scheiß lkw da kriege ich eine gepresst der konnte es konnte überhaupt der konnte mich überhaupt nicht sehen alter das ist mir also direkt am dorf direkt am dorf am versunkenen am abgebrannten ja was erzählt denn da man am abgebrannten dorf da war er schon der kann übelst schnell rennen ist denn mit dem los ich bin da drin vorsicht hä wieso kann ich denn das so schnell rennen das übelst schnell oh ich leg die goldpferde freu dich freu dich ich dreh durch ey ich wünsch dir mein pmc könnte das ich wünsch dir mein penis könnte das ich wünsch dir mein penis könnte das so schnell rennen mhm ausdauerläufer jetzt schon hier liegt ein toter hier liegt ein toter wo hinter roter hinter weißen weste nimm sie mit klaus wer brauchste achso ne ne quatsch ich brauche ja die totz ich brauche die weiße weste obwohl die brauchen wir ja trotzdem wir brauchen ja trotzdem noch drei nicht ey sorry pfff das gibt minus karma alter ich habe nur daneben geschossen ich habe ja nur daneben geschossen aber du hast es auf den kopf gezielt wenn ich nicht zur seite gegangen wäre da vorne ist einer wer seid ihr ich bin am schweinetraktor ich 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 ja ich auch da können wir ja gediegen nochmal zum immer kommen und dann zum alten bahnhof raus klaus jaja ja genau also ich glaube ich gerade da im flussanlag ja alten bahnhof hab ich auch ok dann muss der beutel alleine zum outskirts laufen ne ich habe ähm rf roadblock das müsste doch gleich darunter sein oder ja ja weg dort von diesen ey was hat man es keine ausdauer ja das ist doch oder das ist doch du kannst zusammen gehen wie schnell der ist wie schnell der ist ich gehe jetzt zu beutels haus na dann gehe ich hin deins ok ich bin am auto und warte auf euch ich habe schon mal bezahlt ja das auto war ja nicht da erstens das auto dann schon zweitens bist du ein scaf wir uns als glatteis führen heute bist du ein schlau fuchs ja 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 ziel kurs keiner ist auf dein trick reingefallen ja die haben aber sehr sauber gelootet hier du oh hier haben sie den taffeltag vergessen du musst dich kotzen aber das ist leer wenn wir kommen könnte man sich wahrscheinlich sparen denke ich naja aber haben wir da einen stash hier ne vielleicht guck ich mal zum sägewerk Halt zum richtigen Igmar, was? Hier ist einer runtergefallen Klaus, ich bin rechts zu dir Was? Hat er sich bei dir auch verletzt, Benji? Nö, ich bin so mit rückwärts und vorwärts Ey Das sah lustig aus Da ist einer, ein Spieler Ich habe einen Headshot verpasst Ehrlich? Super Er hat aber auf den anderen geschossen Wir müssen aufpassen Wo ist der, Beutel, wo ist der Spieler? Beutel, du Killer, Alter Ahja Das ist ein Scaff Flicke Der Scaffi ist nicht getriggert auf uns, also der erst fliegt Ja, dann hat er auf dem, äh... Der ist dir sogar dankbar, der Scaff Ja Echt? Gibt Ponuspunkte Uh, der hat einen vollen Mundsack Den geht's auch nicht gut dem Scaff Scaffi, brauchst du, brauchst du Energie? Ich halte dir eine Bandage Guck hier Will doch nicht Nimmt nichts von fremden Männern Matze, ich renne durch zu den Zelten Ok, ich geb die Klings ab Also ich sehe ja auch nirgendwo Leichen oder so Naja, aber alles offen schon Mist Beutel, sag Bescheid Ähm Ich hab ne DVU-106 gefunden Dann nehm ich die mit Die brauchen wir noch, glaub ich, für ne Quest irgendwann mal, oder? Mhm Na gut, Klaus, dann lass uns raus Ja Reimt sich, ist gut Benji, hier Hier Ach, die weiß ich meinst doch nicht Ich dachte, du meinst die Armut Das ist nicht UN-Rotbrot, das ist UAF-Rotbrot Ah, ok, ja gut Sonst rennt sich jetzt hier unsere Wege, Benji Genau, deswegen hab ich's nicht verstanden gerade Beugel Noch gut gelaunt, pass auf Klaus Gleicher Hackenschützer irgendwo Ja, ja Kann alles passieren Uiuiui Das ist aber weh Benji, der wollte eigentlich sagen Ich bring dich noch zur Haustür Gibt's noch ein Küsschen auf der Wange Seid ich denn raus? Nö Jetzt Nö, ok Ja Wenn ich über den Haufen schieße Oh, Alter Du kannst du den Haufen schießen nach Oh, Alter Ja Bine Da Ich bin